Hallo liebe Freunde der virtuellen Landwirtschaft. Heute mal wieder Freitag und es gibt wieder Packcheats und ich beteilige mich einfach mal an dem einfachen Vorlesen. Was haben wir? Wir haben hier für die Zukunft oder bald erscheinend das neue Pack A&Forge von Giants. Das könnt ihr jetzt mittlerweile vorbestellen. Link natürlich in meiner Videobeschreibung. Aber was bekommen wir? Wir bekommen hier diesen schicken Schwader. Da haben wir natürlich auch ein paar Nämlich, es ist ein Schwader, der kostet 91.000. Er bringt 160 PS mit und fährt mit 20 Stundenkilometer beim Schwaden. Er hat 7 Meter Arbeitsbreite bei 3,4 Tonnen. Sieht aus wie ein Bandschwader, das wird bestimmt lustig. Aber wir bekommen natürlich nicht nur einen Schwader, sondern wir bekommen noch einen weiten Schwader von der Firma Reiter. Und wir bekommen auch einen neuen Traktor. Und auch hier haben wir natürlich Details zu. Wir fangen mit dem Schwader an. Er ist wesentlich günstiger, hat aber nur 3 Meter Arbeitsbreite, fährt aber genauso schnell, braucht 90 PS. Dann natürlich der andere braucht die PS, es nicht hat die PS. Dann haben wir einen Traktor von REFORM einen Mountie 110V. Er wird wie wir hier sehen elektrisch betrieben mit 109 PS für 121.500 Euro mit variabler Gangschaltung. Fährt maximal 40 Knoten. Quatsch, KMH. Hat 3,7 Tonnen. Und ja, ich glaube, er hat 109 PS nicht. Er ist elektrisch. Das hat mich jetzt hier gerade ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was wir in den heutigen Factsheets haben. Wir haben auch noch dieses schicke Fahrzeug. Und wie wir hier am Bild schon erkennen können, hm, das hat was, irgendwas mit Laden zu tun. Ja, hat es. Wir haben einmal ein Trägerfahrzeug, einen REFORM Multi T8X für 126.000 mit 109 PS mit manueller Gangschaltung. 120 Liter Brit, 114 Liter AdBlue, fährt maximal 50 Stundenkilometer und wiegt nur 3,2 Tonnen. Und darauf angebracht ist ein Ladewagen für 30.000 Euro mit 13,9 Kubikmetern Fassungsvermögen, 1,6 Tonnen und 17 Stundenkilometer. Und wie wir hier unten sehen können, das was im Vanillaspiel auf dem Feld liegt, können wir damit einsammeln. Damit aber noch nicht genug, denn dieses kleine von Hand getriebene Gefährt kommt auch noch. Das sieht wild aus. Ist aber gar nicht so wild, denn es ist ein Brillemeyer 29 EFI. Ein Meer. Der Meer hat keinen Sitz, sondern man schiebt ihn. Er hat auch einen Motor, wie man hier sieht. Mit 29 PS bei 23.500 Euro Anschaffungskosten. Ein automatisches Getriebe. Maximal 8 kmh. Sonst wäre es auch schwierig da mitzuhalten. Bei 4,20 Meter Arbeitsbreite und einem sehr geringen Gewicht von nur 500 Kilo. Somit können wir also die kleinen Wiesen demnächst von Hand mähen. Und das war schon alles, was es am heutigen Fact Friday oder Fact Sheet Friday gibt. Sagt mir mal, was ihr von meiner Vorstellung haltet, wenn ich euch das so mitteile. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video und vielleicht bis heute Abend zum Modding Stream. Bis dann und Tschüss.